herzlich willkommen hier ist user paul mit dem thema gnome 3.12 geht heute an den start alle halben jahre präsentieren die gnome entwickler eine neue version ihrer desktop umgebung heute ist es mal wieder soweit gnome 3.12 wird in die freiheit entlassen schaut man sich ein wenig in den release notes der neuen gnome version um dann lassen sich zahlreiche neuerungen bei der in gnome enthaltenen software entdecken wer sich möglichst schnell informieren möchte der schaut sich am besten das offizielle video zu gnome 3.12 an mit software wurde das package kit fronted zur installation von programm noch mal überarbeitet software soll nun schneller laufen und wurde mit screenshots bestückt aktualisierungen sind mit software ebenfalls möglich durch den video player videos können nun auch online kanäle aufgerufen werden totem ak videos gedit und der sound recorder ak tonaufnahme haben einen komplett neuen look bekommen und mit protokolle und polari gibt es ganz neue offizielle gnome anwendungen protokolle ist zum beispiel unter arch linux sehr nützlich da sich mit dieser anwendung die binären systemd logs einsehen lassen und mit polari enthält gnome in zukunft auch einen offiziellen irc client bis gnome 3.12 bei euch aufschlagen wird dauert es natürlich noch ein bisschen als arch user bekommt man die neue version der desktop umgebung automatisch frei herausgeliefert sobald die paketbetreuer entsprechende pakete geschnürt haben ubuntu user müssen dagegen wohl selber aktiv werden selbst ubuntu 14.04 wird nichts von gnome 3.12 enthalten sondern kombiniert nur eine recht krude mischung aus gnome 3.6 3.8 und teilen aus gnome 3.10 wer aktuelle gnome bestandteile installieren möchte der muss auf das gnome 3 team ppa hoffen wer das ppa schon auf seinem rechner hat der muss nur noch seine pakete aktualisieren noch enthält das ppa jedoch nichts aus gnome 3.12 und auch generell halte ich es nicht gerade für dienlich das halbe os über ein ppa zu aktualisieren möchte man einfach nur mal in gnome 3.12 rein schnuppern dann ist es wohl das beste sich schnell die gnome 3.12 live cd zu holen das iso image passt leider nicht mehr auf eine cd von daher müsst ihr es entweder auf eine dvd brennen oder am besten gleich auf einen usb stick schieben macht bei einer testversion sowieso mehr sinn ebenso gibt es auch schon für fedora 20 ein entsprechendes repository für gnome 3.12 das war user powerful um screencast ciao und viel glück